So, ich weiß nicht, sieht aus wie ein Lifehack, der mit dem Pinsel, wurde mir gesagt. Kabelbinder drum. Zwei Kabelbinder drum. Drei Kabelbinder drum. Vier. Abknipsen. Abstand. Ah, ja, machen wir mal. Danke. Sieben von zehn Punkten, weil funktioniert und wir kommen vom Bodendeck. Das heißt, wir können den Pinsel überall einfach mal hinpacken, egal in welcher Position, der bleibt einfach stehen. Finde ich gut, sehr cooler, cooler Lifehack.